Es geht ab zu einem neuen Video. Ich sage nur an, wenn ihr noch nicht geliked habt, oder so, das Video geliked, sofort. Oder das erste Video anschließend. Dann liken, wenn es euch gefällt. Natürlich darf ich das noch besser. Äh, noch nicht. Abonniert. Abonniert. Den Kanal. Und. Glocke auf tief. Komm nicht so auf Videos, obwohl jetzt, das ist halt auch nicht schön. Aber, ja. Let's go. Also ich spiele auch jetzt mit euch ein paar Spiele. Wir müssen vielleicht zeigen, hier, hier, da sind die, die sind was. Die grafen, und mal in der Post. Ich sage, Armee, ja. Grafen erstmal drüben an. Oh fuck, ey. Wir haben uns begraut. im Hintergrund, scheiße. Bis gleich, Leute. So Leute, ich bin wieder da. Ignoriert, ich stelle meine. Ich hab, äh, so ein Radio an. Ich stelle ihn leiser. Und, ja, wir gehen erstmal nach Dorf. Auf und rein. Und suche einen Gegner. Also, ja. So Leute, ich hab einen Gegner gefunden. Also, ich hab, ich glaub, das soll nicht so schwer werden. Für ihn, was mich währenddessen oft schon geschwächt hat, ist, ist, ist das hier. Der, ist alles abgelenkt. Jetzt kann ich perfekt. Oh, ich hab verkackt. Oh, große Bombe. Ich hab verkackt. um so einiges sogar egal da freue mich da die fahne und ja so funktioniert damit wir noch ein kampf sein können aber ich habe da nichts gebraut und das auch 10 minuten ich habe was gekriegt und was für uns anschauen kopf 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 kopfschmerzen und zu schauen nicht das ist eigentlich durch der anführung der richtig die große Basel dort einmal Neve 10 ok und dann Rats das ist Neve 10 Film einraht das ist Leve 6 und ich hab ums Digger Bratan öffne ok öffnet diese nicht auf hier ne so rumsetzten ja so lange bin ich schon dabei richtig gar nicht ähm layout ich hätte am anfang das ist ein leute zum magischen gegenstände Welcher Ehremann hat mir das aber gespendet, frage ich mich mal. Warte mal... Info... Habliche Eulner, die ich jetzt weggemacht hab. Echt, die hab ich bestimmt voll abgefuckt. Ich hab 300.000... Und ich kann 1.000.000 und 6.000.000 haben. Ich kann meinen Freund sagen... ...zick... Was ist trotzdem so komisch? Fack, warum bin ich in Nacht dort? Ich... Und der Typ... Warte mal... Wo kann ich das nachschauen? Da da... Warte mal, wo muss ich... ...stück... Ich kann er haben, wenn er dann so... Also 8.000.000. Da kann er dann... ...175.000... Nein, 1.750.000... ...sind haben... Okay... Das... Aber auch noch... ... level... ... level 5... ... level 5... ... level 6... ... Level 5... Da sieht man sein Guld... ... äh... ... elf Mio... ... ne eine Mio... ... ne eine Mio... stunden man kann 1.500.000 joh ein million 500.000 kann der hauen wort er mal nein und das falsche aber da kann ich auch schon schrecklich um ich nein doch wollte ich glaube zu den kommentaren dass ich das jetzt falsch verstehe und ob ich das wirklich mehr haben kann es eher ja das sind alle langen kapazitäten man kann insgesamt 1.500.000 haben und ich kann nur 100.000 mehr haben das ist das ist das ist Okay, ne, das ist nicht so, aber wie ich die mir vorgestellt hab. Tschüss, Digga! Der kann, der kann auch viel weniger als ich haben. Wie mach ich das? Hecke ich, Leute? Aber der hat viel mehr Goldlager und so. 11, 11. Ich hecke. Warum kann man das nicht mit, äh, Elixir, upgraden? Geil, ich such jetzt mal jemanden mit viel Money, was aber auch gleichzeitig nicht so schwierig ist. Nee. Ist das schon so... So 200... Unitausende... Ja, das ist perfekt. Mein Schatz. Nein. Oder? Kiel. So, das ist ja nicht so, dass es immer gut ist, das passiert und so. Ja, es ist schade die ganze Zeit. Ich muss glaube ich echt den nehmen, aber da hätte ich lieber den vorigen mehr eher gehabt. Ich brauche viel mehr Money. Aber gleich tue ich an mit 30.000 raussuchen. Alter... Alter... 20... Ui... Ui... Der wurde wahrscheinlich vor kurz... Der auch wurde... Der arme, ich glaube doch keiner mit... mit... ich... das ist schon mal besser, der der arme, wenn der das mitkriegt, ey. Alter, echt jetzt. jetzt habe ich pech ist immer so man sucht bevor ich länger suche ich schon am liebsten der ist echt dumm ich hätte 50-50 watt gehen Ich kann die Stücke aussetzen. Aber die nix. Ja ok. Vollausbrüchung war eigentlich ganz ok. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich war bitte nicht so enttäuscht sein Leute. Soll ich bezahlen was die Zeit haben wir? Ok. Ich geh jetzt mal noch kurz in Borsters ran. An der Runde mit euch Borsters. Also die Schleuchte. So Leute. Daher ich grad nix hatte. Also weil das nicht ging. Äh. Ich zeige euch ein Spiel. Das heißt. P-Pazy Bits. Und ja da. Muss ich noch mit. Da kann man ja halt vieles machen. Und zum Beispiel Enter drauf. Da geht so. Missionen. Was ich da machen muss. Was steht da. M-O-T-M-Players. 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 Ok. Ich hasse sowas. Dann mache ich zum Beispiel. Ja. Mach ich das halt. Und dann mache ich immer Premier League. Und alle. Damit ich das schön hinkriege. Ah fuck. Da ist so einer. Ich muss dann Liga Santander. In dem Fall dann machen wir. Und dann was anderes. Perfekt. Hab ich dann noch so gleich ein Traum an Liga Santander. Perfekt hab ich noch ein bisschen Liga Santander. Ich sag mal. Wenn ihr so was macht. Dann müsst ihr entweder auf der Liga Santander. Oder ähm. Premier League. Ja. Und wenn ihr könnt. In dem Fall kriegt. Dann habt ihr. Amt verkackt. Aber eigentlich sollte man nur. Ja. Dann habt ihr. Schösss Ah der ist eigentlich nochmal was. Nehmt sie mit da aber schlust. Ciao. Alleme 這 Komm, da kann ich doch besser in den Tommen kriegen, ja, ja, komm, komm. Diesen Mann, Digga. Schminkt! Fuck off, ey. Also, jetzt bring ich noch Sie auch, ähm. Nein. Mh. Ich schiebe jetzt einfach gar keinen Spieler. Oh. Besser zack, ich hab grad verkackt. Aber man hat eigentlich grad dann nicht richtig verkackt, sondern man ... Nix noch. Etwas machen. Mh. und das ist mal schon ein schön verkauft und könnte dann schaue vielleicht habe ich einen Arsenal warte mach mal so einfach was mach ich da da mach ich die Schulden haben was passiert wenn ich so mach ja 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 ich spiel hm was kann ich noch alles machen ey das so ja stimmt ich kann ja noch so machen weil ich dann noch was besser wie sie also diese Zorro hier muss raus hm 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 Also wenn ihr das nicht hinkriegt, dann geht der Finish und dann ist jetzt eh das. Ja, tschau.